Sheila Di Paoli, eine Artistin im Jetzt, wie ich finde. Zu den Operern von Sheila Di Paoli muss man sagen, sie verleiht ganz einfach dem kalten Material Blech mit verschiedenen Säuren eine Leichtigkeit und Leben. Sie sagt ganz einfach, das, was wir in uns führen, das möchte sie auf das Material, was sehr kalt ist, transportieren. Was ich auch finde, es gibt auch mal eine Artistin, die kapiert hat, was wir mit uns führen. Sie hat drei Dinge, auf jeden Fall Gelassenheit, Gleichgewicht und Freude. Es bedarf natürlich auch Jahre, bis Säure wirkt, sie beobachtet, wie die Säure sich entwickelt. Es gibt natürlich auch Luftfeuchtigkeit und aus diesen Luft, aus diesen verschiedenen Situationen entsteht natürlich ihre Art. ihre Objekte. Was ich auch ganz einfach finde, all das ist um uns herum. Wir sind ja irgendwie kleine Lichter am Horizont und deswegen hat sie auch ganz einfach auf der ganzen Welt ein Video gedreht, was ich auch ganz interessant finde, um ganz einfach zu sehen, wie ihre Objekte auf sie praktisch auch wirken. Es gibt Sonnenschein, es gibt Regen, es gibt Sand, wirklich ganz toll. Sie hat es kapiert.